Also liebe Siegung, zu deinem Geburtstag am 25. Juli, also heute, wünsche ich dir alles, alles Gute. Vor allen Dingen weniger Ärger mit Abrechnungsstelle und mit den Ärzten und mit diesem ganzen Gedönse. Auf alle Fälle wünsche ich dir ein fröhliches Jahr, ein gutes Jahr, ein gesundes Jahr und vor allen Dingen ein freudiges Jahr. Mit viel Spaß, nicht so viel Arbeit im Garten und so weiter, nicht so viel Ärger, viel Spaß beim Töpfern und alles, was man halt sonst noch so handelsüblich wünscht. Und bis zum nächsten Jahr. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Jahr. Und bis zum nächsten Jahr. 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 Bis zum nächsten Jahr.